Und ein Wunder, schöne Guden. Dann sehen wir Remy's heil. Rettungskapsel an. Rettungskapseln sabotieren. Wir haben das Auto gelassen. Seid ihr Boam? Das wird uns daran verraten. Er will Elo historisch machen. Mietere. Sie müssen verraten. Für noch nur. Seid ihr noch sicher sein, ich glaube Kiw bedroom. Haz mal kurz verraten. Das ist der Nächste, Tutton. Bam, 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 bam. Das ist der Nächste. Das ist der Nächste. Ist alles klar? Oh was ist das? So stark wie ich... Ah sie ist schon schlecht! Wir haben... Im Endeffekt so stark Hol mal sie kein Shit Und jetzt geh ich zu zwe Oh Pieler du Tuck tuck tucker da sind sie ab Da sind sie ab Wo wir im Heiler kommen Ok Wo ist die Kanzler Gauron? LOL Ich schoss und sie werd drückt WTF Mhm Niemals dazu kommen dürfen Es gibt da etwas das ich euch sagen möchte Ehe ihr das tut weswegen ihr gekommen seid Ich bekomme nicht jeden Tag die Chance mit dem Anführer der freien Galaxis zu plaudern Ich würde euch ja einen Stuhl anbieten Aber ich mache mir lieber nichts vor Ich habe die Berichte im Zusammenhang mit eurer geplanten Festnahme gelesen Sie waren... Grässlich Ein gewaltiger Machtmissbrauch Ich dulde euer Handel nicht Aber ich kann es verstehen Ihr habt eure Arbeit getan Jun hat daraus etwas Persönliches gemacht Mhm Warte ihr müsst Jun schücheln Tut nichts zu wissen Ich soll euch glauben dass ihr nichts damit zu tun hattet Ich habe gesehen wie ihr mich verurteilt habt Live im Holonetz Ich habe die Operation genehmigt euch der Gerechtigkeit zuzuführen Aber was Jun getan hat ging über seine Befugnisse hinaus Ich habe die wahren Details über eure und Juns Taten bereits für die Öffentlichkeit freigegeben Die Konsequenzen werden verheerend sein Ganz gleich wie unser Treffen endet Ich werde des Amtes enthoben werden Nicht nehmen das Das wird euch retten Das war eine große Sache Euren Ruf zu beschmutzen macht meine nicht besser In diesem Fall irrt ihr euch Die falschen Anschuldigungen werden verschwinden Sobald einmal die Lügen ausgesiebt sind Auch dann habt ihr keine reine Weste Aber das wäre auch nicht gerecht Ich bin bereit einen Schritt weiter zu gehen Wenn ihr bereit seid mit mir zusammen zu arbeiten Wat? Sonst geht es Danke dass ihr meine Akte bereinigt habt Das wäre wirklich nicht nötig gewesen What the fuck So ein dicke Fakt wie das Die Republik wird jetzt niemals aufhören uns zu jagen Hm Ich habe euren Kopf Tormen Gut Komm zur Tyrant Die Flotte wird eure Flucht sichern Hoho Hm Dase Wer nimmt die Kapsel? Ja Komm Als lecker bisss das ist tatsächlich nicht in ihrem gut leid das tatsächlich grafik Das wird aus Grafik Spielheim What the fuck Einer ist ab Jetzt wird er voll zu frucht Jo, schade, kein Turn mit So, so furchtbar Rock'n'roll Oh no Ich nukte mich überrasch Oh, es zerhielt sich immer rum Yes Scream Laut Wie fies war das, da luke wie wirscht Oh 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 Wow Oh 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 Swordfire hat gewollt Dass du ausgesagt Das wär mega 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 geil Hörbuck Ich sag mich realistisch konnte 2.0 ziehen Oh, da tut ihm einen Zeitdruck nach, wie er mich zu zwaffen tu normal für einfach als teister laut ja am endeffekt von schon eventuell mit umbrot hat dann hätte ich vielleicht beruf könnten proper waschen benötigen sie medizinische Hilfe wie gesagt Sprengen sind zu 200% Sprengen Speis und dann ist es auch ich habe schon gewertet oder erst mal bis 14 mal oh ja sind wir aber gut nee sorry wann ist dann der beste Part spieler spinnt schon ganz durch wann ist schon ein guter Part spieler spinnt schon ganz durch das sind nicht die Sachen die verschiedene Leute nicht wollen oder können keine Feier haben cool ok ähm ich geb 100 fahrt wie das hier gewischt wir sehen uns bei nächsten Kerem ich hoffe du dir das gefallen von mir tschüssikowski an und haben wir noch mal noch mal noch mal und noch mal